Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren, nee, nicht Geek Talk-Folge, sondern Geek Talk-Daily-Folge. Genauer gesagt, die erste Folge, die sogenannte Nullnummer. Und heute ausnahmsweise in diesem Podcast mit dabei sind das komplette Trio. Das ist zum einen der Achim. Genau, hier bin ich. Und ist das dann wirklich die erste oder ist das dann nicht die Nullte, wenn die erste die Nullfolge ist? Da könnte man jetzt wahrscheinlich nochmal drüber philosophieren. Aber das will ich gar nicht machen. Und ich übergebe einfach mal sofort an den Jan. Ja, hallo. Freut mich, dass wir endlich loslegen quasi. Die Nullnummer ist erst dann endlich der finale Startschuss. Mehr oder minder. Insofern, ja. Hallo, herzlich willkommen und unsere Hörer. Freut mich, mit euch dieses neue Projekt zu starten. Das neue Projekt, das ist ein gutes Stichwort. Wir versuchen uns im täglichen Podcast. Wir haben es ja dieses Jahr im Oktober, Anfang Oktober bei Night of the Pods vorgestellt. Was wir da genau wollen. Wir haben jetzt gerade eine fast fünfstündige Sitzung durch mit Planung und allem drum und dran. Oder waren es nicht ganz fünf, oder Achim? Gefühlt schon. Ich wollte gerade das Gleiche sagen, ja. Wer uns nicht kennt, www.geektalk.ch ist unser Mutter-Podcast. Da könnte es sein, dass ihr es schon mal gehört habt. Jetzt eben unter daily.geektalk.ch werden wir euch täglich von Montag bis Freitag mit den neuesten Themen aus der Technikwelt. Haben wir noch andere Themen da mit drin? Jan, ich glaube Technik, oder? Ja, es soll quasi ein bisschen die Technik morgen News werden, um in den Tag vorbereitet starten zu können. Wie machen wir das ganz genau, Achim? Ja, wie machen wir das, das frage ich mich auch. Aber ich glaube ja, wir machen das. Wir gucken, was für Themen einfach gerade aufpoppen. Ja, wir bicken uns die raus, die Interessanten, die wir für interessant halten. Das wird wahrscheinlich auch bei jedem was unterschiedlicher sein. Und ja, die werden dann abends vorgestellt kommentiert und sollten dann morgens beim Hörer bereitstehen. In den Podcatchen der Wahl landen, genau. Und du hast so schön gesagt, eben Themen sammeln tun wir alle drei. Wir haben uns aber so aufgeteilt, weil das wäre natürlich ziemlich logistisch unmöglich, dass wir da alle drei jeweils jeden Abend zusammensitzen. Wir haben uns die Wochen aufgeteilt, diese drei Monate, die wir das mal grundantesten möchten. Und dann hat man jede Woche einen anderen Podcaster von uns dreien. Beginnen wird, wer war es nochmals? Ich glaube, ich. Die ersten zwei Tage zumindest. Genau, du bist der Sprinter für die ersten zwei Tage. Der Anfang ist ja immer schwer, deswegen bekommst du ja nur zwei Tage und kannst dich dann direkt erst mal erholen. Und ja, drauf setze ich an und mache dann die erste volle Woche. Die erste komplette Woche. Und als letztes, also als letztes, nee, doch, als zweites mit der voller Woche kommt dann der Jan zum Zug. Genau, ab 12.12. soll es dann losgehen für meine Woche. Passend auch zu unserer Zugehörigkeitsdauer, quasi beim Geek Talk. Ja, bin schon sehr gespannt. Wird dann ja auch eine spannende Zeit Richtung Weihnachten werden. Insofern, ja, ich freue mich schon sehr. Für die Hörer ganz wichtig zu wissen, wir probieren das mal drei Monate am Stück durch. Wenn das Ganze bei euch Anklang findet und dann kommt eben der grosse Aufruf, bringt uns Feedback, sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, wo wir uns optimieren können. Wir brauchen da ganz viel Input von euch. Und das Ganze könnt ihr zum einen über facebook.com slash geektalk, also über unsere Mutterseite einbringen. Wir haben natürlich auf der Webseite ein Kontaktformular. Es gibt die Möglichkeit, unten jeweils der Folge, wie schon gewohnt, bei Podcasts üblich einen Kommentar zu hinterlassen. Und auf Twitter sind wir separat unterwegs, at geektalkdaily, in einem Wort, könnt ihr uns folgen und bekommt da natürlich auch immer die Push-Meldungen, wenn eine neue Folge online ist. Zeitlich haben wir uns auch schon geeinigt. Wann kommt es morgens online? Zum Nachtschlaf in der Zeit, um sechs Uhr in der Früh, damit es auch wirklich jeder, hoffentlich die meisten zumindest, direkt nach dem Aufstehen hören könnte. Ähnlich wie das ja gute Vorbilder aus der echten Nachrichtenszene machen. Wir nehmen uns aber auch die Freiheit heraus zu scheitern. Sprich, es kann vor vielleicht, natürlich bei uns Profis nicht, aber es könnte sein, dass es doch mal vorkommt, dass irgendwas schiefläuft, etwas zu früh veröffentlicht wird oder ein paar Minuten zu spät. Es ist alles möglich. Wir geben aber unser Bestes, denke ich doch. Das tun wir einmal. Habe ich alles Kleingedruckte vorgelesen? Wir erscheinen Montag bis Freitag jeweils an Werktagen quasi. Ich glaube, das haben wir jetzt noch euch dazu gesagt. Genau. Feiertage lassen wir ausfallen, wo witzigerweise natürlich die Feiertage in Österreich, Schweiz, Deutschland unterschiedlich sind teilweise. Genau, da überlassen oder da entscheiden wir dann jeweils anhand der Person, die dran ist, Glück, der dann in der Woche einen Feiertag hat oder Pech, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, aber dadurch, dass wir experimentieren, könnte ja auch sein, dass vielleicht einer den Ausfalltag machen möchte. Das natürlich auch. Genau, das ist ein guter Hinweis, Achim. Falls wieder Erwarten beim einen irgendwie der Terminplan platzt oder sonst irgendetwas ist, könnte sein, dass der eine oder andere einspringt. Ansonsten eben, wie gesagt, verfolgt uns über die sozialen Medien. Da werden wir euch darüber berichten. Wie ihr uns abonniert, das ist ganz einfach. Bei uns gibt es bei iTunes und den gängigen Podcatchern deshalb auch diese Nullnummer, um uns da einzureichen. Und uns kann man auch über YouTube konsumieren. Und Sendung Länge, zumindest geplant. Wir haben extra wenig Vorgaben uns selber machen wollen. Fünf bis maximal zehn Minuten, denken wir, es werden wird. Mein Gott, Deutsch schon wieder. Achim, besten Dank für die Nullnummer. Ja, gerne, gerne. Das war ja einfacher als gedacht. Und von daher, ja, danke auch Jan. Ja, danke an euch zwei. Ich hoffe, es wird wesentlich mehr als diese Nullnummer geben und wir machen das ganz, ganz lange. Aber freue mich zumindest schon mal auf die ersten fixen drei Monate quasi. Einfacher als gedacht wird hoffentlich auch dann die Aufnahmesituation und alles drum und dran. Mal schauen, wie schnell wir uns da in diesen neuen Workflow eingeübt haben. Wird auf jeden Fall spannend, mobiles Aufnehmen und solche Geschichten. Mal schauen, wie es wird. In dem Sinne, wie wir schon beim grossen Podcast immer sagen, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss. Ciao, ciao. Bye. Hört mehr Geek Talk.